9 tote 1 2 3 4 5 8 9 ja kümmern wir uns später drum wir haben noch ein schiff zu erkunden hier war doch die kammer mit der hier stand diese truhe drin ist weg hier ist der passkorps stochen worden und wir sind unter wasser schon hier ist zu nicht so auf jeden fall stacheln drin hier scheint irgendwas eingesperrt gewesen zu sein oh was haben wir denn hier so wir haben einen john aber hier den captain und er ist dann der mart des captain das haben wir schon bootsmann smart offizierte und smart zahlmeister bootsmann stuart schiffstuart stuart des captains philipp dahl aus schweden cool und der andere mart ist dann nämlich der der in der seiten gasse da lag und aufgespießt wurde da ist der hoskart du bist immer noch unbekannt wie sagt captain der bootsmann so schiffsarzt lalala einer von den beiden ist ein john james gib mir den stuart das ist ein stuart der john schiff stuart zum gisati neben welchen john haben wir denn noch was john jong li nicola john naples matrose sieht aus wie matrose ne das könnte dann john naples sein John Naples, Matrose aus Wales, ne? Wo ist sein Bein? Genau, er war der Schiffsarzt Mart, hier ist der Schiffsarzt Und er war der unbekannte Stuart der Sungisati dann sehr wahrscheinlich Und der John Naples wurde von Philipp Dahl verletzt angegriffen mit einem Schwert getötet dich wirklich, ne? Die haben nur gesagt, John, es wird alles gut oder? Habe ich mich da verhört So, Druck halten Weil Beine ab ist erstmal nicht das große Problem Festhalten, Wahnsinn 20er Stuart Ja, das ist der Käpt'n Bisschen verflucht Das ist der Dahl Äh, der Ding ist, der Däne Bindet ihn Los jetzt, El Danar Das ist in Ordnung John ist ja schon hier in der Tinde, glaube ich Wo ist der Rest von seinem Bein? John Naples fand ein unbekannte Schicksal Ist, äh, äh, äh Erschlagen worden Mit einer aufgespießt Begraben Erschlagen Erschossen Getötet Gestürzt Getötet Schwert Verbrannt Vergiftet Verstorben Zerfetzt Zerrissen Ich würde mal sagen Mit einem Schwert, ne? Von Wie hieß der Kerl? Schiffsarzt Schlachter Kanonier Steuermann Passagier Schiffsduhr Steuert Steuert des Käpt'n Von Philipp Dahl Mit einem Schwert getötet Oder? Was haben wir denn noch? Am Leben aufgespießt Begraben Durchbohrt Erdrosselt Erfroren Totgeschlagen Erschlagen Ne Erschossen Nein Nein, 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 nein Nein Gestürzt Nein Getötet Schwert Geschwert, ne? Gucken wir doch mal Hier müsste doch Irgendwas liegen Ja doch Mit einem Schwert Getötet Mit Beinen abgeschnitten Aber hier Liegen noch mehr Leute Oh, oh Hier oben ist ja noch mehr Ach du Kacke Naja Zumindest haben wir die Steuerts jetzt einmal Aussortiert hier Genau Einmal wieder den Umweg Ach ne doch Wir sind hier richtig Und wieder zurück Und nochmal einmal im Kreis Oh Oh Unglück Uff Uhuhu Ja Du bist Matrose William Was 7 Au Das war aber noch Vor der Krankheit Und alles, ne? Das ist der Maler Der muss das natürlich Alles machen Das ist der Schlachter Aha Gut Der ist John Naples Das ist Mut hier Sehr wahrscheinlich Da haben wir noch einen Der Zimmermänner Ist das der Zimmermann? Und das Aufgespießt Bestie Das könnte der Zimmermann sein Winston Winston Smith Und du bist Zimmermann smart Markus Gibbs Die Frage ist Wer macht welche Arbeit Gucken wir mal Ob wir damit richtig liegen Sonst müssen wir die beiden Vertauschen Und dann passt das schon Irgendwie So Haben wir hier den Maler Lalalala Darauf können wir nicht Weil hier blockiert ist Da ist einer der Fanrische Der sagt Der steht doch irgendwie Immer nur rum So Der ist erschlagen worden Von Fracht Begraben Von Steinen Ne Totgeschlagen Erschlagen Axt Erschlagen Von Nein Erschossen Erdrängt Extrubiert Geköpft Gestürzt Treppe Krankheit Selbstmord Verband Vergift Verstorben Verzerrt Zerquetscht Von Fracht Hahaha So Dann haben wir da oben noch mehr Aber da komme ich doch gar nicht lang Wie soll ich denn da hinkommen Hier so vorbei oder was So Den möglichst kürzesten Weg Hier hin Los Gehen sie Na wieder durch die Kombüse Durch die Cafeteria Ich drücke immer noch E Ich weiß nicht warum Es ist nur klicken Eine Taste Kann nicht so schwer sein Das klingt nach dem Smoothie Aber volles Fund aufs Maul Ja Ja er mit seinem Gabelpiekser da Dann ist das auf jeden Fall Der Smoothie Und der ist erschlagen worden Cool Hier stehen sie auch alle Und gucken Das ist der Naples Das ist einer der Peters Das ist der Stuart des dritten Das ist der Stuart des vierten Das ist einfach nur Schatten Aber was für ein Spektakel Alle stehen sie hier Schiffsort Hier sind die Fähnriche Fähnrich 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 Ja er wird glaube ich Noch spannend So der Smoothie Wurde erschlagen Von einer Bestie Begraben aufgespießt Totgeschlagen Von einer Bestie Oh Drei weitere Wohl getan Drei weitere Schicksale Korrekt Gucken wir da Mit dem Schwert Doch richtig Ja haben wir doch Fast schon die Hälfte Und noch mehr Leichen Natürlich hier oben Hier stehen sie alle rum Und quatschen Da steht einer Ja auch von Dingens Durchbord Wieder zwei Tote Ja dann tanzen wir mal Weiter über das Schiff Hui Huii Huijuiui Huiui Huii Ja vor allem Muss man immer gucken Hier ist ganz am Anfang Der Marber gewesen Und jetzt liegen hier schon Die nächsten Sieht aber auch nach Offizier aus, ne? Einen Schuss! Alles ein. So, hier haben wir die vier Matrosen. Hier haben wir die ganzen Inder, ne? William Wasim. Den Abraham sonst wie. Den Naples. Ne, nicht den Naples, den... Whatever Peters Bruder. Wir sehen den Bruder aber auch nicht, ne? Ne, ne, ne? Ihn hier. Das ist auch ein Matrose. Ein Matrose. Der Doc ist da. Okay, die... Liam Lee, die Fräulein Lee ist auch tot. Das ist der Arzthelfer. Dann werden sie wahrscheinlich die nächsten drei Leichen sein, die wir finden. So, aber er ist auf jeden Fall erstochen worden von... Aufgespießt worden auch von einer Bestie. Hier haben wir noch jemanden. Und meine Sicht ist weg. Schade. So, die sind beide aufgespießt worden. Durch Bord von einer grässlichen Bestie. Ja. Durch Bord von einer grässlichen Bestie. Da? Nee. Da. Sag ich doch. Das sind hier doch die... Und ein neues Kapitel. Kapitel 5. Ruchlose Gefangene. Achso, jetzt kommen die nächsten hier. Ich dachte, das geht jetzt hier weiter mit... Na, weil hier liegen jetzt auch alle drei. Vor allem, du musst dem Ding aber auch hinterher gucken, sonst bewegt sich das auch nicht weiter. Na? Bis zum nächsten Mal.